Hallo 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 Wir sind jetzt wieder hier Drehen dieses Ding Drehen dieses Ding Drehen dieses Ding Drehen dieses Ding Jetzt hat es eingeschnappt Bevor das Ding wieder weg geht gehe ich hier rüber Und ich habe irgendwie blöde, dumpfe Gefühl, wenn ich diese Dinger abschieße passiert was Böses Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hmm Überlegen wir uns mal eine Fluchtmöglichkeit Aaaaah Aaaaah Ich kann mich einfach nicht hinter der Säule verstecken Perfekt Oh Gott der muss hier noch ein bisschen näher dran Noch ein bisschen näher Gehe ich aber nicht dran Oh äh Ein Schuss Wo ist die Säule? Wo ist die Säule? Da Die hat mich gar nicht erwischt Das ist Humbug Das ist Bockmüß Was soll der Quatsch? Wollen die mich verarschen? Die hat mich doch gar nicht erwischt Ich fühle mich ein bisschen veralbert von der Säule Ich habe gedacht ich überlebe es Aber ein Wie heißt das so schön? Ein Satz mit x Was das? War wohl nix Und das bringt was? Ich fühle auf der anderen Seite auch hin Ah später Machen wir das gleich Ähm Jaaa Genau das habe ich ja auch bezweckt gerade Und tschüss Ah 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 Stopp ein bisschen Lara Macht nichts Oh jetzt hat er mir eine Stamme abguckt Das ist Heut gemein Wie soll ich denn jetzt rüber kommen? Keine Lust mehr aufzudrehen Achso Aha Aber es hat die Säule wo ich mich eigentlich perfekt hinter versteckt habe Zerstört Yay Ah Jetzt geht es wieder dran Und dann geht es wieder ab Ich sollte mal etwas meine Schrot Yay Wir haben den dritten Schlüssel Das heißt uns fehlt nur noch Einer Und das heißt wiederum Uns Wir können dann unten alles aufschließen Und das heißt wiederum Dass wir eine offene Türe haben Und das heißt wiederum Wir haben vier Schlüssel gebraucht für eine Tür So Und jetzt wieder Ganz ruhig zurück Hm Elegant gelöst So Boah Toll Darum nehme ich Lieber diese Pistolen Weil wegen Und die Verschwindung Gut Jetzt fehlt nur noch die Aha Ist das der Hebel dafür? Wenn ja Habe ich einen Hebel gerade gefunden Wirklich Zufall Ich weiß sogar wie man da hinkommt Oh Ich habe schon gedacht sie hebt sich nicht fest Erstmal habe ich Hier ein nettes kleines Artefakt gefunden Ja Yay Der letzte Hebel Jetzt öffnet sich ja auch Damokilis Hm Ich komme gerade etwas in Gedanken Ich habe eigentlich noch voll viel Zeit Die Schrotflinte umsonst Die Schrotflinte umsonst Ey die Schrotflinte hat einen Bandschuss Cool So Ja alles nur damit ich ein bisschen Schrot-Munition sammeln kann Bala Baba Bala Baba Wo ist denn überhaupt dieser Dump Ach das ist er ja schon Das heißt ich muss da Ah da kann ich aber auch hin Irgendwie irgendwann irgendwo Irgendwie Irgendwann Hä Schöner Trick Jetzt bin ich wieder hier Ah aber der Hebel ist umge- Tat nicht weh das Das war Absicht Weil wegen ähm Großes Fall Desasters Das De Habe ich Film gemacht Gerade Und Und Ja Und Ihr Jetzt Voll anguckt und so Und Ja Alle gucken Und lachen Nicht witzig Tat weh Ohne Witz Tat ihr irgendwann mal weh Hm Hm Dieser Verlauf scheint interessant zu sein Da ist nämlich Atlas Wo ist der Poseidon Ah der ist da hinten Ok Was macht die da Und jetzt Ah Und jetzt runter Runter mit der Oh Das habe ich mir voll gedacht Es gibt eigentlich auch einen regulären Weg den Wollte ich gerade einschlagen Habe ich aber glaube ich Das letzte Mal nicht benutzt Wo ich das mal gespielt habe Weiß ich nicht mehr Kann mich nicht mehr dran erinnern Sie geht einfach nicht hoch Und Es gibt auch noch so einen Verletzenden Weg Weil Wegen Tut zwar weh Klappt aber Und Muss nicht sein Der geht wie folgt Glaube ich mal Warte Muss ich nochmal überlegen Wie war der noch Hm Ich glaube der war einfach mal So Nein Verdammt Ich bin zu blöd für den Weg geworden Habe ich das Gefühl Also das ist auf jeden Fall der nächst Nervigste Weg Okay Und ich sag jetzt einfach mal Ich melde mich dann Wieder zurück sobald ich vor der Tür stehe Okay? Also bis gleich So Da sind wir wieder Ja Ich habe es bis hierhin geschafft Wie? Ich bin einfach von da oben Bis hierhin gesprungen Sag dich doch es gibt noch einen anderen Weg Tat zwar nicht so sehr weh Aber es tat weh Gehen wir noch Gehen wir noch Wie immer Wie gewohnt Also das ist jetzt einfach nur Noch So zum Ende so Yeah Ey Was soll der kack Geh mich für an Das sind Steinchern Uncool Gehen wir das Steinchern Also wär ich da gestanden Wär ich tot Hm Rätsel über Rätsel Ich mach das jetzt einfach so Dann schiebe ich jetzt einfach mal da rein Hey das funktioniert Prachtig 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 So Und was hinter dieser Tür ist Erfahren wir das nächste Mal Also bis zum nächsten Mal Ciao Ciao